hallo und schönes dabei bist und ich habe jetzt wieder eine facecam und zwar kann ich diesmal euch sagen die stürzt nicht ab denn ich habe mir zu fast 100 euro eine logitech facecam gekauft ich hab's also ich bin jetzt nicht geübt mit facecams ich werde wahrscheinlich euch nie angucken ich würde mich die ganze zeit nicht jetzt gg ich werde wahrscheinlich nicht so viel da reingucken es wird ein bisschen dauern bis ich dann ein bisschen practice gefunden habe ich weiß auch nicht wie ich das genau schneide weil man kann die facecam nicht in zwei unterschiedlichen fenster benutzen das heißt ich musste es in einem also nur ob es kann ich das aufnehmen sozusagen und die sache ist naja ich muss mal gucken also ich bin es auch nicht mit der beleuchtung gewöhnt ich habe jetzt einfach alle lampen angemacht die ich habe es scheint mir besser und ja hilfe wie geht das game warum kommt mein handy jetzt habe ich das auf laut bus gestellt naja und wie immer meinungen sind ich bin da noch nicht ganz gut drin das wird wahrscheinlich einfach mit der zeit kommen auch wie mit dem wie wird eigentlich an was ich bis jetzt auf meinem youtube-channel hochgeladen habe es hat einmal die wie ich gedauert bis ich irgendwas richtig konnte thanks for boosting me deutlich wird zurückgepackt habe ich keine spitzhacke dabei aber ich hätte jetzt bekommen hätte ich eine spitzhacke dabei gehabt naja und wenn ich ab und zu mal den mund offen habe das ist dann wenn meine nase zu ist dann kann ich nur durch den mund atmen und wenn ich mich dann konzentriere werde ich dumm und sehe dann dumm aus bitteschön so diesmal mit spitzhacke ich denke mal hier wird gleich einer suizid runter springen nicht verpiss dich nein warum überlebt er das man ich weiß noch gar nicht ob er mich sieht weil ich das programm nicht offen habe ich habe gerade meinen dritten bildschirm aus und ja vielleicht soll ich mal stream also es geht jetzt auch mit der facecans ging ja mit der anderen nicht schön dass ihr kompetent seid und den auf jeden fall in time bemerkt habt der war überhaupt nicht kurz davor unser bett zu ficken ähm ich bin ein bisschen raus aus meinem crypt geh weg au ping ping player na wie ist es wenn man sich hoch baut als ob der ein schwert hat so ne scheiße so mit der alten facecam die ich ja 2 in 2 oder 3 videos hatte war ja das problem dass die ausgegangen ist nach zwölf minuten das war halt irgendwie programmiert ich weiß nicht ob bei der auch mal sowas programmiert. Auf jeden Fall habe ich mit der nur Probleme gehabt und ich hatte irgendwann oder jetzt halt keinen Bock mehr, damit rumzuprobieren, mich damit rumzögern. Ich habe mir nämlich auch noch mal eine neue SD-Karte für 40 Euro fast gekauft. War auch nichts. Die war für 4K-Videos ausgelegt. Da habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon. Ich werde die irgendwann nochmal brauchen. Gut. Ah, scheiße. Ah, okay. Aber ich habe das Bett. Das ist jetzt ein bisschen try-hard, aber ich will einfach nur gerade nur diese Sache erklären und dann gucken, was man machen kann. Und dann ist das sozusagen eigentlich nur ein Test-Video und ja. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wenn ihr Erfahrungen mit Videos und tschüss. Bye. Lol, als ob er viel mehr Knobback hat als ich. Aber ich glaube, wir gewinnen das. Hoffentlich mein Team Carry. Ich meine, die gammeln hier die ganze Zeit schon rum. Haben die irgendwas geschafft in ihrem Leben bis jetzt? Ist der immer noch... Der steht auf K rum, oder? Ich bin... Ja, super. Ich verliere das jetzt noch, ne? Oh mein Gott. Die sind auf K. Die sind auf K. Kommt runter. Die sind auf K. Ihr könnt das nur noch beginnen. Wow, ich verliere, weil meine scheiß Mates auf K sind. Ey. 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 afk-check komme wie wärs damit mal ein afk-check wie nen lol da muss einer ko- ok ich bin aber so schlecht ein quicksg skydarm mag ich so die runde ist jetzt voll und ich würde nicht mal gekickt haben das gefixt oder war das einfach nur glück ich hasse badwurst aber wenn ich dann 8x1 spiele dann habe ich das problem dass einfach ein spaß die kommt ach komm das war jetzt echt der billigste tod nachdem den ich gerade gemacht also das war jetzt super gut ausformuliert ich bin jetzt das ist die letzte runde weil ich habe keinen bock mehr zack mich ab so chest track der erste ist weg ziel ausgelöscht ziel ausgelöscht oh schiesst was war das denn nice bugs komme lol da kommt noch einer oh nein ich habe mein schwert getroppt warum drobe ich mein schwert oh da ist es wieder ist das ein team ich bin in teams verboten muss essen ok nicht q drücken tab drücken ich hoffe einfach mal dass es kein team war und das einfach nur so aussah ich habe nur ein pfeil ist jetzt nicht die größte menge an pfeilen die ich jemals in meinem leben hatte aber es ist besser als nix so da hängt mein kabel hey ich komme hier nicht weg hä ich bin reingegangen die tür schließt sich von alleine wieder oh da ist eine druckplatte fick dich komme warum machst du da eine druckplatte hin das ist doch scheiße ach man warte mal kann ich noch irgendwas anderes spielen ich kann auch ah nur kann ich nicht soll ich eigentlich mein chasing time beenden ich habe die map bis jetzt noch nicht beendet weil keiner sagt ich soll sie beenden naja das war eine gedienung in minecraft ich hoffe ich muss nie wieder minecraft spielen und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten mal wieder tschüss tschüss